Hallöchen Freunde, willkommen zurück bei einer neuen Folge Paddel. Es ist Dienstagabend, 18 Uhr. Ja, die Woche ist schon wieder fast halb rum und ja, bald ist Weihnachten. Ich warte heute schön auf den DHL-Mann, der mein neuen PC bringt, hoffe ich. Zumindest Teile davon. Ja, Donnerstag gibt es von uns ein Weihnachtsspezial. Da könnt ihr was gewinnen, aber nähere Infos dazu gibt es da noch am Donnerstag und ja, bevor wir hier großartig irgendwie rumlabern, fangen wir direkt mal an mit einer schönen Runde Paddel. Atomkraftwerk, okay. Wir sind beim letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Level noch, okay. Zwei Folgen, denke ich mal, kriegen wir das hin. Feuerwehrmann. Letztes Mal war ja die Lava. Jetzt spielen wir Feuerwehrmann. Oder? Mal schauen. Oh, es brennt. Flüssigkeit, Wasser, Besonderheit, du steuerst eine Wasserkanone. Ziele mit der Wasserkanone auf die fliegende Asche, um deinen LKW zu schützen. Alles klar. Okay, das ging schief. Na komm. Geschafft. Ja. Too easy, sag ich da. Silber. Kein Thema. Flüssigkeit, Wasser, Besonderheit, muss von Kabel zu Kabel springen. Tippt die Flüssigkeit, klebt besser am Kabel, wenn das Flüssigkeitslevel weiter unten ist. Alles klar. Probieren wir das doch gleich mal aus. Sieht ziemlich interessant aus. Und Jump. Oh, oh, ich glaube, das ist nicht gut. Nein, das war nicht gut. Nochmal. Hier ist wieder zu krass, oder? Reicht das? Das reicht. Schade. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, da brauchen wir nicht mal so viel Speed für. Mal schauen. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wow. Jetzt habe ich mich erschrocken. Alter Vater. Geschafft, oder? Geschafft. Mit Gold. Perfekt. Weiter geht's. Bis Flüssigkeit, Wasser, Besonderheit, muss von Kabel zu Kabel springen. Tipp, liest die Schilder, die dich vor den Gefahren warnen. Mach mal. Aber geht's. Das ist klar. Alles gut. Alles gut. Brems. Boah, alter Schwede. Treffer versenkt. Too easy sag ich da nur. Ja, Silber mal hin. Alter, was geht mit der denn jetzt ab? Ja, Flüssigkeit, flüssiges Natrium. Besonderheit, die Flüssigkeit verliert ihre Radioaktivität, wenn sie mit Drehkreuzen in Kontakt kommt. Tippt, die Radioaktivität in der Flüssigkeit lässt sich bestimmte Türen öffnen. What the fuck? Na gut, probieren wir das aus. Langsam. Ganz langsam. Alter. Wasser. Ja. Ich glaube, das war's. Oder? Naja, ich hab noch was. Okay. Das reicht noch so gerade. Aber ich bezweifle, dass das funktionieren wird. Komm schon. Boah. Ja, willst du mich verarschen? So, da durch die Lücke. Alter, Schwede, geht ja viel verloren. Egal, das packen wir diesmal. Sehr gut. Ja, leck mich da am Arsch. Alter, war das ein Spruch. Boah. Leck mich am Arsch, ey. Hardcore ist das. Das ist Hardcore. Na gut, das war eins der letzten Level. Langsam. Und Gas. Und Gas. Und Gas. Hardgas. Ja. Das reicht noch. Alles gut. Okay, wo muss ich überhaupt hin? Jump. Alles klar. Cool bleiben jetzt. Alter. Ja, wie soll das denn gehen? Da geht aber eine Menge verloren immer. Alter, Schwede. Egal, wir haben noch genug. Und go. Und go, und go. Sehr gut. Ja. Wie das da unten funktionieren soll, das habe ich noch nicht ganz begriffen, ehrlich gesagt. Ich lasse das Ding so ein bisschen drehen. Ja. Wolle ich da unten eigentlich durch die Lücke, aber es funktioniert auch nicht. Oh, Schwede. Jetzt den unteren. Nicht zu viel verlieren. Boah. Ja, wie soll das denn gehen? Hallo, Schwede. Tut das nicht einfach. Und go. Und go, und go, und go. Reicht das noch? Ja, oder? Wie soll das funktionieren? Und go, und go, und go, und go, und go. Und go, und go, und go, und go, und go. ja es war gut proben wir es jetzt ja auch immer mit gas sehr gut also schon war es sogar nicht okay jetzt löser flüssigkeit flüssiges natrium besonderheit flüssigkeit verliert ihre radioaktivität wenn sie betrieg kreuz in kontakt kommt die längsten strecken sind nicht mal die einfachsten what the fuck alles klar sehr gut puh auch dieses level gehört nicht gerade zu den einfachsten ist klar sehr gut bremsen boah geht ja viel verloren leck mir mal im arsch ey das reicht aber noch so gerade da geht das kleine stückchen da verloren ja gut noch mal das ganze und hartgas und bremsen wunderbar so erstmal sammeln und rein da okay und go wunderbar nein weiß ich das noch kurz vor schluss ah ärgerlich und mit schmackers und mit schwung das war ein bisschen zu viel schwung naja das ist ein bisschen anspruchsvolles hier schade halt jetzt schaff ich den anfang nicht mehr das gibt es doch gar nicht so und schwupp und bremsen es reicht noch alles gut alter da brauchst du aber echt viel so hierbei ist jetzt einfach mal gar nichts verloren gegangen da geht jetzt nicht mehr verloren das ist ärgerlich aber kann jetzt nichts daran ändern so sammeln und los und langsam und langsam sehr gut jetzt noch mal habe ich gehört alles klar und go womit schwung bremsen direkt den zweiten und hoch das reicht das reicht das reicht das reicht geiler scheiß ja ich würde sagen das reicht erst mal für heute ich glaube es ist noch ein level das gibt es in der letzten folge morgen wahrscheinlich ja morgen wenn es dann noch ein level ist also leute danke fürs zuschauen schaut auch morgen wieder an 18 uhr bei paddel mit mir Nils haut rein